So Freunde, es geht wieder runter, es geht wieder los, Sachpreis Samstag steht an und wie ihr sehen könnt, hier ist das Ding schon eine geile Route, eine Mitchell-URL-Route, 1,80 Meter lang, feines Ding, feines Geschirr, damit wird richtig abgeräumt. Das Ding gibt es zu gewinnen und was müsst ihr dafür tun? Einfach Samstag, kommenden Samstag, den schwersten Fisch fangen, 14 Uhr ist Ende, dann wird gewogen, ich komme dann rum zum Wiegen und dann 14 Uhr wird die Route gleich übergeben. Das ist der Sachpreis Samstag am Forellensee Rosenweiher, das haben nur wir und das gibt es jeden Samstag bei uns. Also, wir sehen uns, Forellensee Rosenweiher, das Angelresort, ich bin der Forellengott, weiter geht's.